Holy moly, on the road again. So, jetzt fahren wir ein bisschen die Küste, die Ostküste hoch. Erstmal ein bisschen durch die Berge, weil wir wollen ja nicht die gleiche Strecke wieder zurück machen, wo wir hergekommen sind, damit wir ein bisschen was vom Land halt auch sehen. Ich will jetzt ein bisschen längere Fahrt heute, aber zwischendrin gibt es vielleicht ein, zwei Sachen zu sehen, die wir uns anschauen können noch. Und ja, werden wir jetzt das dann selber sehen können. Dann ist es. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, guten Abend. Jetzt habt ihr noch gesehen, was wir so unterwegs gesehen haben. Diese Brücke mit der Vulkaninsel und so weiter. So, und jetzt sind wir hier an dem Kennenplatz. Hier steht unser Zelt unter so einem Häuschen. Wow, kurz verachtet, die Solle brennt wie solche. Hat voll ins Zelt rein. Da ist unser Zelt, habt ihr ja gestern schon gesehen. Ja, jetzt können wir euch mal kurz hier ein bisschen zeigen, wo wir sind. So, jetzt geht's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Aber leider geschlossen, deswegen sind wir jetzt hier, machen jetzt den Dushan Trail und dann schauen wir weiter einfach. Das Nausebärchen hat leider einen gebrochenen Zeh, so wie es ausschaut, hält sich aber wacker. Also die Brücke hier, die wir gerade übergangen haben, die ist nicht geeignet für Leute mit hohem Blutdruck, wenn du schwanger bist, wenn du physisch nicht mehr ganz so bist, wenn du Herzprobleme hast. Aber nur für Touristen mit Herzproblemen, also für Einheimische mit Herzproblemen, ist okay. So, jetzt gefällt der Sieg eigentlich ganz gut. Alles voll mit Schmetterlingen. So, jetzt kommt gleich das erste Highlight. Ein 25 Meter langer Tunnel. Jetzt sieht man das Ende. Man sieht es nicht. Wir brauchen also Stirnbärchen. Ja, es wird ein bisschen voll. Da sieht man auch schon, wo der Trail lang geht. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Da sind wir. Wieder unter einem Wasserfall. Es ist zu toll. Aber da müssen wir jetzt einfach durchrennen. Ich bin jetzt mal aus. Hier sieht man unseren Strandingplatz, da bei dem Häuschen in Münster neben ihm. Da fängt sie schon mal herum. Der Höhle, da hinten kommen wird, da ist der Wasserfall. Ja, Wasserfall. Schön sei. Ich bin jetzt ein Highlight auf das nächste, da ist wieder ein Wasserfall. Und leider endet der Trail, der so schön angefangen hat. Aus so einer breiten Straße. Aber es ist auch bloß Weckern auf hohem Niveau. Da stügel. Musik. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tja, und wie alles hier in Taiwan ist wieder alles geschlossen. Dann kommt jetzt hier bloß nicht einmal die Hälfte wahrscheinlich. Das ist zum Kotzen echt. Oh, jetzt geht's hier auf. Ich muss hier dann da oben die Drücke machen. Juhu, oben. Angekommen heißt es. Modistisch angekommen. Normalerweise wird jetzt hier der Rundweg weitergehen, aber wie immer hier in Taiwan ist die Hälfte einfach geschlossen. Und nirgendwo steht was. So, das wäre jetzt der Eingang zu diesem Schrein mit dem Wasserfall hin. Und was ist hier wieder? Kein Entry. Der Weg sieht doch super aus. Die Fahrten, was sie immer haben. Es kommt jetzt echt langsam an hier. So, da hinten wäre der Trail, der echt super ausschaut. Da ist überhaupt nichts kaputt, finde ich. Was soll denn da kaputt sein? Naja, wenn man ja nicht mit diesem Tonplatz hier hinten kommt. So, nachdem wir jetzt da irgendwie eine halbe Stunde gewartet haben und der Bus eigentlich da 5 Minuten hätte kommen sollen, laufen wir jetzt einfach. Das ist so ein verplanter Scheißauto hier. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber, ja, wir sind ja gut zu Fuß. Trotzdem scheiß. So, an der Schwalben wurde angekommen. Wir haben es mal ganz, ja, unkonventionell gemacht. Wir haben einfach mal den Daumen rausgehalten. Und schmutz, die Wurz gleich das erste Auto hat gehalten. Also, ja, und hat uns mitgenommen bis hierher. Kein Wort irgendwie Englisch gekonnt oder so, aber mithalten. Wir haben halt gesagt, wo wir hinwollen ungefähr. Das hat er dann schon gecheckt. Und, ja, cool. Jetzt sind wir hier, ohne dass wir noch was gezahlt haben. Höhö. Da. 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 Ja, wir sind natürlich von dieser Schwalbengrotte durchgelaufen, weil wir gedacht haben, vielleicht sei dahinter auch gleich nochmal eine Bushaltestelle, aber Pustekuchen. Wir mussten erst mal eine halbe Stunde oder sowas an der Straße entlang gehen, durch Tunnel und was weiß ich nicht was. Gott sei Dank waren wir nicht die einzigen Deppen. Waren noch zwei Frauen oder hinter uns, die uns dann überholt haben. Ja, und dann habe ich irgendwann einfach mal wieder einen Daumen rausgestreckt. Und schwuppdiwupp hat ein Thailänder angehalten, ein Pärchen mit drei Kindern. Und wir haben gesagt, hey, okay, seid voll, komm, fahrt weiter, passt schon, alles ist cool. Wir kommen schon irgendwie nach oben. Dann haben sie 100 Meter später angehalten, haben den Kleinsten auf den Stoß vorne genommen. Die zwei Kinder mussten zusammenrutschen, damit wir zwei Dicken noch da hinten reinpassen. Wir haben gestunken wahrscheinlich, weil wir jetzt den ganzen Tag geschwitzt haben. Und ja, die kamen dann aus Thailand, aus der Nähe von Laos. Und die haben uns dann halt zu unserem Auto gebracht. War eine super Aktion, war cool von denen. Ja, und jetzt sind wir hier halt hoch zu diesen Xiang, Wan, Xiang, Jing Typen hoch. Das ist so der chinesische Hofer, der Nationalheld. Irgendwas hat er toll gemacht. Und ja, chillen erst noch eine Runde. Das sind die zehn Gebote, die chinesischen. In Steigen gemeißelt. Ja, das geschulte Wasserfallauge hat er es entdeckt. Guten Abend. Ja, wir sind auf dem Campplatz wieder. Und heute sind wir ganz alleine. Gestern war echt der ganze Platz voll eigentlich dann. So mehr oder weniger. Und heute sind wir ganz alleine. Jetzt haben wir vorhin noch im 7-Eleven uns so ein Fertigzeug reingehauen. War eigentlich gar nicht so schlecht. Und ja, jetzt verdrängen wir den Abend noch hier, gehen früh schlafen. Morgen wollen wir noch so heiße Quellen abchecken. Haben wir von so einem Typen vorhin gehört. Die sollen echt gar nicht so weit wechseln. Und auch voll einfach hinzukommen sein. Und in der Früh und so soll es eh voll schön sein. Ja, und das werden wir mal abchecken, ob wir das finden. Und ja, genau. Ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Mal schauen, vielleicht kommt da noch jemand. Seht ihr es? Ja, ein Glühwürmchen. Eine ganz schöne Brummer hier. Die sind schon so zwei Zentimeter groß. Die sind schon so drei Zentimeter groß. door